Freunde, Bekannte und Verwandte Umgebe dich hauptsächlich mit zufriedenen, erfolgreichen Menschen, denn ihr Denken und Verhalten färbt auf dich ab. Reduziere den Kontakt zu chronisch unzufriedenen, erfolglosen Menschen, die nicht ernsthaft daran interessiert sind, ihre Situation zu verbessern. Ihr Denken und Verhalten färbt auf dich genauso ab, auch wenn du das gar nicht willst. Negatives kann sogar schneller und stärker abfärben als Positives. Suche dir Freunde mit ähnlichen oder gleichen Interessen, wie zum Beispiel über Foren, Social-Media-Gruppen und Vereine.